Das ist der große Tag. Es wird aufgefüllt. Bester Lehm, reiner Lehm. Hier lassen wir ein Wasserteil, werden wir wahrscheinlich hier noch abtrennen mit einer Holzbowle. So und jetzt ist hier das eben so, dass die Plane da drunter liegt und oben drüber ist der Lehmspiegel sozusagen, dass dann das Wild das nicht frei wühlen kann. Dann kommt die nächste Ladung hier. Man soll sich ja nicht selbst filmen, aber... Wunderbar praktisch in den Big Packs. Ein Big Pack kostet 110 Euro eine Tonne. So und dann macht man zwei Schnitte. Ich hoffe, ich spritze nicht zu sehr. Da haben wir den Palat. Immer bei der Sache bleiben.